Hallo liebe MTPler, 365 Tage gehen so schnell zu Ende und wir wollen uns heute von euch verabschieden. An dieser Stelle möchten wir uns für die ganzen Momente und Augenblicke bedanken, die ihr uns beschert habt. Auch geht unser spezieller Dank an alle MTPler, die unsere Tatkräfte unter die Arme gegriffen haben. Da wir jetzt hier die NV-Bude verlassen, unser Amt quasi räumen, wollen wir natürlich aber nachrücken. Deswegen wollen wir euch an der Stelle auch mal den neuen NV noch mal vorstellen, wie ein paar Worte zu euch sagen möchten. Dafür bereich mir auch symbolisch diesen Staffelstab und den Schlüssel. Yeah! Viel Spaß! Vielen Dank! Dankeschön! Hallo liebes MTP-Land, mein Name ist Alex, mein Name ist Tobi und wir sind euer neuer NV. Genau, ich komme aus der Geschäftsstelle Paderborn, der Alex kommt aus der Geschäftsstelle Kiel und wir werden das kommender Amtsjahr mit euch zusammengestalten. Es ist schon viel passiert bis hierhin, das heißt wir hatten unsere Übergabewoche jetzt, waren heute bei Montar, das heißt die ganze Sache ist jetzt auch offiziell. Unser nationales Team wurde jetzt auch in ihrer Übergabe schon ausgebildet. Wir hatten schon ein Treffen mit dem Aufsichtsrat und schon ein Treffen mit dem Mehrwert. Es ist schon viel passiert und es wird in nächster Zeit auch noch sehr viel passieren. Genau, denn dieses Wochenende findet auch unser Teamtraining statt. Das bedeutet mit unserem nationalen Team können wir dann zum 1.9. direkt durchstarten und ihr könnt gespannt sein, was euch im neuen Amtsjahr erwartet. Vielen Dank! Also bis ganz bald! Ciao! Ciao!